Einen schönen guten Donnerstag und damit herzlich Willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chartcheck, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Welcher Wert heute an der Reihe ist, dürfte klar sein, denn gestern war es endlich soweit. Bei Wirecard kam Bewegung in die Aktie und das schauen wir uns jetzt direkt im Chart an. Ausbruch aus der Schiebezone zwischen 140 und 145 sowie über die 150er Schwelle geglückt und damit den ersten von zwei Bremsklötzen beiseite geräumt, dass die erfolgreiche Bilanz des gestrigen Handelstages, worauf es jetzt ankommt, ist, diesen Ausbruch zu bestätigen. Das geht am besten mit weiteren Gewinnen, die idealerweise direkt raus aus der neutralen Zone und über die Januar-Abwärtstrend gerade und diese hartnäckige Eindämmungslinie bei 155 bzw. 156 Euro führen. Und damit die Tür für einen Sprint an die 160er Marke bzw. das markante Mai-Top bei 162,30 ganz weit aufmachen würden. Der Sprung über diese Triggermarke wäre dann ein ganz klares bullisches Signal, das den Kursen den nötigen Aufwind für eine Rückkehr an die 170er Schwelle bzw. das amtierende Jahreshoch aus dem Januar bei 170,70 verleihen sollte. Und von dort aus, auch das ist nicht neu, aber immer wieder richtig, wäre der Weg dann frei bis in die Sphären um 180, 190 bzw. 199 Euro, wo ja vor einem Jahr das bisherige Allzeithoch aufgestellt wurde. So klar und eindeutig, wie die Kursziele auf der Oberseite definiert sind, können auch die Unterstützungen nach unten identifiziert werden. Erster Halt natürlich 150 Euro, darunter der vormalige Bremsbereich zwischen 145 und 140 und noch eine Etage tiefer der GD 200, der unverändert mit der 135er Marke eine Doppelunterstützung bildet und von der hinlänglich bekannten Haltelinie bei 130 Euro noch zusätzlich verstärkt wird. Die können wir uns auch als letztmöglichen Umkehrpunkt für ein Trend bestätigendes Pullback vormerken, denn alles darunter wäre bearish zu werden und würde mindestens ein neues Video notwendig machen. Für heute bleiben wir jedoch klar bullisch und sind damit auch erstmal durch. Einen schönen Tag für Sie und Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus bis morgen.